Am 2. Dezember 2016 hatte das Team um Peter Winkelmeier und Gerhard Rösner seine Freunde und Kunden zur Adventjause in das Ladenlokal von Motorbike Winkelmeier in Bad Vösslau eingeladen. Mehr als 50 Pilotinnen und Piloten folgten dem Aufruf, schließlich war neben den aktuellen Sondermodellen von TGB auch die brandneue Arktikett Alt-Terra TRV mit langem Radstand zu bestaunen. Wir sind jetzt bei uns im Verkaufslokal beim Motorbike Winkelmeier in Bad Vösslau. Wir stellen euch heuer zu Advent unsere neue TRV 1000 vor, die jetzt seit ungefähr einem Monat am Wakt ist und für die nächsten Jahre von Arktikett natürlich das Nummer 1 stillt sein wird. Und ich bin der Senior Chef und bin zuständig, dass sich die Leute wohl fühlen bei uns und dass wir heute Touren machen und wir haben nächstes Jahr ganz, ganz viel vor, dass wir wieder verschiedenste Touren, ob jetzt Offroad oder Straße oder Schottergrube und auf jeden Fall einen Lehrgang machen, dass die Leute wissen, was sie alles machen können mit dem Fahrzeug. ... ... Vielen Dank.